Hallo und willkommen bei Hartverat. Ja, es kommen derzeit wenig Videos, aber es liegt an euch, weil es ist einfach gerade derbe krass, was mit meinem Shop abgeht. Und dafür möchte ich mich halt einfach mal bedanken. Es ist halt einfach so, ich bekomme ziemlich viele Bestellungen, viel viel mehr als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich mache den Shop auf. Es wird halt am Anfang recht schleichend ablaufen. So Stück für Stück halt, ne? Einfach schleichend. Es wird halt mit der Zeit mehr und am Anfang habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, um mich so für die Sachen zu kümmern, Routine reinzubekommen, zu sehen, wie mache ich das alles, wie funktioniert das alles, wie mache ich das am besten. Halt so ein schleichender Aufbau, aber der ist nie passiert. Mein Umsatzziel war quasi 100.000 Euro dieses Jahr, also 100.000 Euro im Monat irgendwann dieses Jahr zu erreichen. Das war mein Ziel und das Ziel erreiche ich viel, viel schneller, als ich gedacht habe. Da bin ich jetzt schon eigentlich nicht so weit von entfernt. Ja, ich bin gerade wahrscheinlich so bei 70.000 Euro Umsatz im Monat, was echt mega heftig ist. Und deswegen ist es natürlich alles ein bisschen krass für mich, vor allem, weil ich noch gar nicht in dieser Routine so drin bin. Aber ich möchte mich einfach dafür bei euch bedanken, dass es so super läuft und ja, dass es auch einfach klappt. Es hätte ja auch ganz anders laufen können, hätte ja auch so passieren können, dass niemand bei mir bestellt. Aber ich finde es halt auch einfach super und ja, wie gesagt, also mir fehlt ein bisschen noch die Routine, gerade so was es angeht, Warenbestand zu halten. Ich hatte auch ein Problem, das Problem war, wenn sich jemand ein Gaming-PC bestellt hat, dann wurde nicht der Warenbestand von den einzelnen Teilen heruntergezählt. Er war ein bisschen blöd, vor allem, weil ich es dann immer wieder vergessen hatte, manuell quasi runterzuzählen oder so mit jedem PC, vor allem, falls auch nervig ist. Ja, da habe ich jetzt ein Plugin gefunden, das ist Gott sei Dank für mich übernimmt, so ein Stücklisten-Plugin. Also wenn jemand jetzt einen PC kauft, dann weißt du, dann macht das Plugin das so, das tut für, Fresse, das tut für jeden, ja, für jeden Artikel davon eins herunterzählen, was nämlich wichtig ist. Auf eine Warenwirtschaft setze ich noch nicht, einfach weil es mir zu teuer ist. Die Bordmittel von Shopware, die reichen erstmal. Und da muss ich halt auch überlegen, wie weit ich jetzt schon automatisieren möchte. Es gibt da viele Sachen, mit denen man automatisieren kann, mit denen einige Sachen schneller gehen. Ich habe gesagt, du sollst die Fresse halten. Zum Beispiel, ja, gerade ein Plugin für DPD. Ich verschicke ja mit DPD einfach aus Preisgründen, kleine Händler kriegen bei anderen, so den Großen, so DHL und so, kann es ja komplett knicken. Das ist bloß was für die ganz Großen. Die ganz Großen kriegen übelgeile Konditionen und auf die Kleinen wird geschissen, ganz normal. Und bei DPD geht es halt schneller, dass man gute Konditionen hat, deswegen muss ich auf DPD setzen. DPD ist wirklich auch schnell. Muss ich sagen, DPD ist richtig, richtig schnell. Das freut mich. Also es ist sau oft so, die Pakete werden um so 12 bis 13 Uhr werden sie immer abgeholt. Klar, ich bin Kleinkunde, bei mir kommt halt der normale Fahrer vorbei. Hätte ich jetzt so viel Ware, dass ein LKW vorbeikommen würde, wäre es wahrscheinlich später. Aber da ich kleiner Kunde bin, werden sie immer so 12, 13 Uhr abgeholt und am nächsten Tag sind die da. Ganz oft. Also eher in selteneren Fällen sind sie nicht da, aber ganz oft sind sie dann einfach da, was ich echt super finde. Ja und da gibt es halt, also derzeit muss ich das so machen mit DPD, wenn ich eine Bestellung abschicken möchte, muss ich halt auf der DPD Seite die ganze Adresse von Hand rüber. Ich muss halt immer mit Copy und Paste, wie man es halt, wie ihr auch ganz mal ein Paket abschickt, muss ich auch ein Paket abschicken. Und da gibt es halt ein Plugin dafür, das DPD Plugin, wo man quasi mit einem Klick das Versandlabel erstellen kann. Das Problem ist, das Plugin kostet halt 500 Euro netto. Also ohne Steuern 500 Euro. Da muss man sich halt auch überlegen, ist es mir das jetzt schon wert? Soll ich jetzt 500 Euro ausgeben oder lohnt es sich erst zu einem späteren Zeitpunkt? Das ist halt auch immer so eine Sache. Soll ich, soll ich nicht? Ja, irgendwann werde ich natürlich auf mehr Automatisierung setzen. Ich möchte natürlich irgendwann, also wenn es klappt, in der Produktion auf mehr Automatisierung setzen. Das ist halt alles Zukunftsmusik, aber man darf ja noch träumen. Ja genau, und dann war halt noch, ich habe ja angekündigt, ich mache eine Kühlerteststation, die ich auch soweit natürlich fertig geplant hatte. Und dann musste es ja zu einem, die Teile für die Station müssen ja gefräst werden. Die müssen ja vom Metallverarbeitungsbetrieb, müssen die ja hergestellt werden. Und da habe ich gedacht, ja, wenn man da das so einreißt, würde ich wohl eine Woche dauern, dann werde ich die Teile wohl haben, ein Scheißdreck. Eine Woche wäre schön. Also da warte ich gerade immer noch drauf, dass die Teile mir gefräst werden, dass ich die Teile bekomme und dass ich auch die Kühlerteststation bauen kann. Ich habe da schon den ersten Kühler, das ist der allererste, den ich testen werde, den Quirol K7. Das ist der allererste Kühler, wo er auf meiner neuen Teststation gemacht wird, getestet wird. Ja, auch wenn die Teststation fertig ist, ich werde es natürlich vorstellen, ist ja logisch. Also wie gesagt, das mit dem Shop finde ich ziemlich krass. Vor allem, was ich auch von euch ziemlich krass finde, was mich richtig glücklich stimmt. Ihr hört richtig darauf, dass mir Sofortüberweisung und Paypal einfach zu teuer ist. Ja, Sofortüberweisung ist zwar billiger und deswegen erlaube ich es ja bis zu einem höheren Betrag, aber Paypal ist ja wirklich arschteuer. Und ich freue mich dann auch immer natürlich, wenn Leute einfach mit Überweisung bezahlen, schreibe ich hin, weil Überweisung ist quasi kostenlos für mich. Also natürlich, ich habe Kontoführungsgebühren und so weiter, aber das ist halt nichts im Gegensatz zu Paypal. Und deswegen finde ich es schön, dass sogar manche Windows-10-Keys einfach per Vorkasse kaufen, einfach weil ich es hinschreibe. Und das macht mich auch glücklich so. Oder wenn jemand ein 350-Euro-PC kauft, wo er auch mit Paypal und Sofortüberweisung zahlen könnte, dass er es trotzdem per Vorkasse bezahlt, einfach weil ich es hinschreibe. Und das finde ich einfach so wunderschön, dass es einfach so klappt. Ja, was ich auch ziemlich krass finde, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Dass ich jetzt, ich habe ja aufs Commerzbankkonto umgestellt, einfach weil es günstiger ist als die Kreisparkasse. Und da habe ich innerhalb von 10 Tagen fast 30.000 Euro draufbekommen an Bestellungen. Das ist echt extrem. Ja, und so dementsprechend ist es halt auch, war es für mich schwierig, auch mit dem Lagerbestand immer aktuell zu halten. Mir sind Sachen quasi unter der Hand, äh, nicht unter der Hand, so, quasi unter meinen Augen sind Sachen leer gegangen. Und dann gab es Lieferverzögerungen mit PCs und so weiter, weil ich die Sachen nachbestellen müsste, weil ich es wohl nicht gerafft hatte. Ja, ich versuche mein Bestes. Jetzt bin ich eigentlich gerade recht gut dabei mit den Bestellungen. Ich habe auch zwei Praktikanten da. Einer davon ist mega fleißig. Also der ist echt, der ist mega fleißig, Mann. Der ist mega fleißig. Naja, ähm, und der schafft gerade mit mir die Bestellungen wieder abzuarbeiten. Äh, beziehungsweise ich kann da jetzt, ich habe derzeit mehr Zeit für Bürozeugs, was ich deutlich besser finde, weil, äh, damit ich so, ja, normales Zeugs machen kann. Aber die Produktion läuft weiterhin. Ja, und man ist da jetzt relativ gut dabei, die PCs, äh, abzuarbeiten, die Bestellungen. Ein paar Bestellungen gibt es leider noch, wo, äh, Teile fehlen und so weiter. Nicht schön, aber das sollte sich auch mit der Zeit regeln. Weil, wie gesagt, dass ich die Routine reinbekomme, dass ich die Teile frühzeitig nachbestelle und nicht irgendwann auf einen leeren Lagerbestand tocke. Ich habe sauviele Sachen da, habe es aber noch gar nicht in den Shop eingetragen. Einfach, weil ich Angst habe vor so vielen Bestellungen, dass ich erstmal die alten Bestellungen abarbeiten kann. Aber, ich hoffe einfach, das klappt. Und, ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich bestellt. Es freut mich, es freut mich, dass, äh, dass es mir da hilft, aus dem Ding eine große Sache zu machen. Weil, es war einfach immer mein Traum, ne? Es ist schon vor, glaube ich, drei Jahren festgestanden, dass ich das machen möchte. Äh, nachdem es halt mit YouTube bergauf ging. Das ist, äh, das ist einfach mein Traum gewesen. Deswegen habe ich auch darauf verzichtet, eine Ausbildung zu machen oder sonstiges. Ich bin ja direkt von der Schule. Habe ich dann angefangen, das aufzubauen. Weil es halt einfach mein Traum ist. Und ich wollte halt die Chance beim Shop verpacken. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mit einer kleinen Info. Und, ja, die neuen Videos werden natürlich kommen. Äh, aber wie gesagt, erst muss ich ein bisschen Routine reinbekommen. Auch mit dem Shop. Das ein bisschen mehr packen. Äh, und, ja, dass ich das dann auch alles gut managen kann. Äh, am Montag wollte ich ja eigentlich sogar wieder die Technik-News machen, dass ich wenigstens meine Technik-News-Routine reinbekomme. Aber, naja, man hat ja das Bild gesehen mit einem guten Tanzi. Ich hatte halt die Chance, weil Tanzi nicht so weit weg war von mir, Tanzi zu treffen. Aber, äh, hat halt auch gesagt, ich soll jetzt unbedingt kommen, weil das ist halt die Chance, dass wir uns sehen können. Und, ja, dann bin ich halt hingefahren. Die Chance wollte ich nicht entgehen lassen. Da gab es halt keine Technik-News. Auch das wollte ich eigentlich auch relativ, äh, wieder häufiger machen. Und, äh, ja, die PC-Zusammenstellungen haben auch auf sich warten lassen. Einfach, weil ich auch den Warenbestand nicht da hatte. Ich wollte ja immer zeigen, welche, äh, die PC-Zusammenstellen dann immer zeigen. So, äh, direkt vor der Kamera, wie, welche Teile ich nehme. Blöd ist natürlich, wenn du dann keinen Warenbestand hast. Das klappt dann nicht so gut. Aber, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei, dass ihr mich jetzt nicht hasst. Weil zu wenig Videos kommen, es kommen mehr. Und dann auch, wenn meine Kühlerteststation da ist, dass ich hochwertige Kühler-Reviews machen kann. Äh, mit einer Hochpräzisions-Teststation, dass man wirklich alle Kühler gut vergleichen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!